wir uns mal wieder ganz gedinge am start heute geht es darum wie ihr alle 30 sekunden 5000 rp bekommen könnt großer nachteil das ganze hier aktuell nur für die playstation 4 version von gta 5 also xbox pc und die playstation 5 version fällt hier leider raus und ihr braucht noch einen zweiten spieler sonst funktioniert das nicht habt ihr das nun begebt ihr euch in eine beliebige sitzung und geht dann von hier aus ins options menü geht hier mal auf online jobs jobs spielen von hoxa erstellte jobs geht ihr hier auf arena wo auch das letzte ganz nach unten und startet dann dieses rennen wenn ihr in den einstellungen drin seid könnt ihr jetzt die maximale rundenzahl einstellen ihr könnt natürlich auch nur zehn runden machen bedenkt aber desto höher runden sind desto mehr erfahren muss desto länger müsst ihr auch am anfang warten ansonsten wenn ihr zum beispiel schon bei sagen wir mal 30 sekunden in der ersten runde durchfahrt müsst ihr natürlich immer schneller werden und das wird dann sehr schwierig deswegen wenn ihr euch abwechseln wollt dann solltet ihr vielleicht zehn runden am anfang einstellen bestätigt dann die einstellungen startet das ganze wählt ein beliebiges fahrzeug aus und sobald das ganze hier losgeht noch ein paar kleine informationen das erste was ihr hier natürlich beachten solltet ist wie gesagt fahrt die runden nicht zu schnell gerade wenn ihr hier die maximale rundenzahl einstellt von 25 ihr könnt euch hier entscheiden entweder beide spieler wechseln sich pro runde einfach ab der erste fährt die schnellere runde dann der zweite die schnellere runde das könnt ihr hin und her machen oder ihr sagt euch einer fährt halt alle zehn schnell und dann im nächsten spiel macht der andere halt alle zehn beachtet aber bitte wer hier drei minuten afkar rumsteht fliegt automatisch raus sondern ist das rennen automatisch beendet wenn ihr die pfeiltaste nach unten drückt merkt ihr auch wann ihr wieder am anfang seid da müsst ihr nämlich darauf achten dass ihr da ein bisschen in der zeit an zeit abwartet wenn ihr fünf von fünf stehen habt von den kontrollpunkten dann wisst ihr okay der nächste kontrollpunkt ist jetzt wieder der anfang wenn ihr dann die zeit abgewartet habt fahrt ihr durch und wir bekommen dann unsere 5000 rp wenn ihr ein sehr sehr niedriges level seid kann es passieren dass ihr keine volle 5000 rp bekommt sondern vielleicht immer mal nur so 800 dann mal 1200 und das ganze kann sich ungefähr bis level 50 hinziehen mit diesen unkonstanten erhalten von rp warum das so ist kann ich nicht genau sagen aber zirka ab level 50 ob das vielleicht auch verknüpft ist mit dem arena level könnte auch sein bekommt er erst die vollen 5000 rp wenn ihr dann mit den ganzen runden durch seid bekommt ihr das ganz normale übersichtsmenü geht dann einfach wieder in den freien modus und vom freien modus aus könnt ihr dann wenn ihr möchtet einfach die steps wiederholen und diesen job dann dort noch mal starten und das war's auch schon wenn euch das ganze gefallen hat dann würde ich mich über eine bewertung freuen und seid ihr neu auf dem kanal könnt ihr gerne abonnieren um nichts mehr zu verpassen gibt's fragen oder probleme schreibt es in die kommentare bis dahin haut rein und tschoss